Wir sind wieder zurück bei Wolfenstein Youngblood mit den zwei Terrorzwillingen. Ich sag schon wieder zwei, Zwillinge sind immer zwei, Soft und Jess, die mich immer, also die Soft, die mich immer beim Abmoderieren dann unterbricht mit ihren tollen, mit ihren tollen Geschichten aus der Vergangenheit. Und meistens auch beim Anmoderieren. Aber was soll's, was will sie machen. Gehört dazu. Guck mal, wie viel da auf der Minimap jetzt angezeigt wird. Und gleich, plüff, ist nur noch die Hälfte davon da. Der Laborbereich wurde elektronisch gesperrt. Ich wiederhole, der Laborbereich wurde elektronisch gesperrt. Hört zu, Mädels. Ich sehe hier, dass alle intakten Bereiche abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt wurden. Ihr müsst einen Weg finden, das zu umgehen. Okay, okay, okay. Nein. Wir müssen ja nicht immer sofort die Hälfte auslösen, ne? Auch wenn das sicher lustig ist. Es ist lustig, aber es ist nicht sehr klug. Achso, sehe ich nichts. Der Computerbereich in Bruder 3 ist Personen mit höchster Sicherheitsfreigabe vorbehalten. Vielen Dank. Sehr gut. Oh. Das ist jetzt. Wissenschaftler, alles klar. Sehr gut. Sehr gut. Mhm, mhm, mhm. Okay. 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 Ich bin gerade etwas stiller, weil ich diesen Bereich nicht kenne. Also müssen wir horchen, ob irgendwo Feinde in der Nähe sind. Ich weiß, da unten stiefelt einer. Den höre ich ja auch, aber ansonsten höre ich noch nicht so wahnsinnig viel. Ja. Oh. Ob man auch hochschleichen können. Okay, 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 okay. Da liegt sonst nichts drauf. Das ist... Schon mal sehr gut. Ja, ja, ja. Da kommen wir noch drauf, aber warum? Da haben wir drauf nichts verloren. Oh. Aber hier ist nichts mehr. Hier ist noch was. Alles voll soweit. Jetzt gucken wir mal kurz nach Münzen. Auch nichts mehr. Mhm, mhm. Natürlich. Vielen Dank. Mhm, mhm, mhm. Ah ja. Wir haben auch hierfür noch keinen Code. Das ist, äh, schon die zweite Kiste ohne Code. Das ist unschön. Ach, Aufzug. Alles da. Wir sammeln erstmal soweit die Truhen weg. Ich bin hier auch schon mächtig stolz darauf, dass wir noch keinen Alarm ausgelöst haben. Das erste Mal, dass wir wirklich lange dafür brauchen. Ah, da ist schon einer. Das ist ein Alarmomat. Da kommen wir nicht hoch. Strafbar, mhm. Ja, so ein Verständnis, nee. Also, absolut verständnischlosig. Ich habe ein paar Infos über die Forschungen in Bruder 3. Es gibt Hinweise auf hochmoderne Waffen in eurer Nähe. Seht euch ruhig mal ein wenig um. Ich glaube, es wird, ähm... Ich glaube, ich weiß welches das ist. Das ist das, ähm... Na, das Kraftwerk, die ist, äh... Na, wie heißt es nochmal? Wir müssen den Alarm auslösen, weil ich habe schon wieder Türen gefunden, die wir öffnen müssen. Ich weiß... Ich bin eine Tolle. Gut. Ich weiß... So. Gut. Ach, hier kommt einer. Wenn ich beim ersten Schuss auch noch verfehlt habe und das auch so kurze Entfernung. So, hier können wir rein oder auch nicht. Wie sollen wir da reinkommen? Ne, ich bin mir noch nicht sicher. Ist da irgendwo eine Luke drin? Ne, ne? Ah, sieht man auch nicht. Da ist auf jeden Fall das Elektro-Kraftwerk drin. Das brauchen wir. Alle dem Hochwasserschutz zugewiesen worden haben sich heute Nacht zwecks Vorbereitung von Hochwasserbarrikaden, um den Zugkommandaten zu treffen. Kugelgewähr-Munition, sehr gut. Wir müssen vorbereitet sein. Den Hals haben wir voll. Das ist ein bisschen leer. Da war es mal die vernünftige Waffe aus, Alter. Kannst du dir die ganzen stücklichen Experimente hier vorstellen? Da will ich lieber nicht dran denken, so ist doch eine nette Vorstellung. Ähm, Entschuldigung. Natürlich, ich stehe natürlich wieder mitten im Explosivbereich. Das ist eine Frau. So, nicht mehr, irgendwie näher. Irgendwo sind sie ja schon drollig. Wo haben wir jetzt hier... Hätte ich mal... 3D-Brille. Gut. Wo ist das hier? Wo soll das hier sein? Das... Ich bin nicht... Weiß ich nicht. Ich bin mir echt nicht sicher. Öffnet an anderer Stelle. Na toll. Ähm... Ja, das wird es wahrscheinlich über uns sein. Klingt toll. Ja. Cyberpilot. Ein cooler Name. Schade, dass er kaputt ist. Die Weiber. Diese quatschenden Weiber. Kommt weiter. Wir wollen erstmal nach oben. Entschuldigung, alle Damen der Schöpfung. Aber... Ja, 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 ja. Es ist manchmal ein bisschen störend. Und hier ist es... Hier kommen wir aber nicht weit. Kommt ja alles kaputt. Hier waren wir doch schon. Ach, Mensch. Mitkomm's auf. Mitkomm. Kling, 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 kling. Wie kommen wir da rein? Mg, die Abriegelung. Ja, ja. Die ist da. Aber die ist ja dahinter. Wie umgehen wir die? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir die umgehen können. Auch hier ist noch... Zwei mal Münzen. Aber... Wie können wir die Abriegelung jetzt umgehen? So nicht. Nein, so schon gar nicht. Warum drück ich da mal drauf? Ich weiß nicht. Ja, so nicht. Schnell. Mutz und voll. Hält's voll. Toll. Vielleicht. Aber warum denn? Warum sollten wir das... Warum sollten wir das tun wollen? Ah, ich verstehe. Alles klar. Gefunden. Juhu. Elektro-Kraftwerk. Drücke linke Maustaste, um elektrische Blitze zu verschießen. Das Elektro-Kraftwerk gibt mehrere elektrische Blitze ab. Die Gegner in der Nähe automatisch treffen. Mit dem Elektro-Kraftwerk kannst du außerdem Türen und Kisten mit extrem sicheren elektronischen Schlössern öffnen. Ja. Sehr gut. So. Diese Grillmaschine sieht perfekt aus. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Jetzt können wir alle Türen öffnen. Na, es wird auch Zeit. Oh. 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 Natürlich. Na klar. Jetzt wurden sie natürlich alarmiert wie bekloppte Hunde. Wo kommen sie denn? Bewege mich zu anderer Position. Du beweegst dich kein Stück mehr. Nicht 1 Millimeter. Jetzt noch was. Hier. Ich hab die mal sehr gedrungen angehört. Ja, das war's schon. Die waren ja ein bisschen lau. Das finde ich wiederum gar nicht mal so übel. 14 gesundheitweise, glaubst du es denn? Ziehen wir uns tatsächlich Gesundheit ab? Die Hunde. So, hier sind wir, glaub ich, jetzt durch hier in dem Bereich. Das wäre schön... Ö, 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 ö? Wo? Da oben. Auf der 7. Super. Ah. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Der Hauptcomputerbereich in Moda 3 ist Personen mit höchster Sicherheitsfreigabe vorbehalten. Vielen Dank. Wenn da Terroristen eindringen, da nehmen sie sich ja auch bestimmt... Da halten sie sich bestimmt dran, ne? Also garantiert. Also, ich würd's machen. So. So, hier ist noch was. Eine 3D-Brille. Wow. Ein Bekloppen-Stator. Wow. Ja, auch noch. Cool. So, hier ist noch, äh... Kugelbär und noch mehr Elektro-Kraftwerk-Mulition. Ja, sehr schön. Sehr gut. Da war doch noch was. Aber wo? Hier ist doch noch irgendeine Truhe. Da. Nehmen wir natürlich mit. Ganz klar. Da kommen wir nicht dran. Da kommen wir nicht rein, da haben wir nichts damit zu tun. Ach, hier ist schon alles tot. Kooperation. 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 So, hier müssen wir Ara jetzt tun. Was? Was? Hä? Hä? Äh, süße. Süße. Probe zu. So. Manchmal ist er wirklich anstrengend, die Frau. Auch hier. Danke. Nun, sieh. Sieh, sieh, sieh. Das mit einem Schlüpper geht, ich hab ein mit. So, und jetzt hier. Naja, na klar. Das sind immer wieder süß, die beiden. Natürlich, so wie meistens, ne? Victoria. Wikileaks. Wikipedia. Sonst ist hier nix, ne? So ein bisschen wenig. Nein, überhaupt nix. Das ist genug hier. Gut. Wie wurde der jetzt auf uns aufmerksam? Das frage ich mich wirklich. Gut, es ist scheinbar keine Fernkampfwaffe. Die kleine kann man überhaupt nicht gebrauchen. Schreibt dem Regime, wer der Boss ist. Ich wechste die... Ich komm doch mal runter. Blöde Drohne. Ja, das stimmt. Ich schick diese Maschine auf die Schrottheide. So. Dankeschön. Danke schön. So. Klick ich hin, Digga. Und mach Pause. Sehr gut. An mir in den Brust, einmal in den Arsch. Aber es geht schon. Letzteres merkt er nicht so lange. So, dann mal weitermachen. Hier ein bisschen zack, zack. Und hier können wir auch nochmal, wenn die noch nicht dazu sein sollte. Weiß ich nicht. Da drüben, die haben wir deaktiviert. Wo kommen die denn raus? Wissen und Macht. Ja. Ja, ja, alles älter. Gut, die... Ich glaub, die ist nicht ganz so beisammen. Die Frau. Gut. Da kamen wir her. Da waren wir. Da kamen wir her. Da waren wir. So. Da waren wir gerade. Ist hier noch irgendwo ein Raum? Hier ist sonst kein Raum mehr. Hier geht's ja noch nach oben. Statue eines Bekloppten. Weg damit. Ah. Sehr gut. Hier ist doch eine 3D-Brille. Nein. Eine Kostete. Also ich hätte mir ehrlich gesagt... Das ist echt toll, ne? Da kriegt man echt... Hier gibt's ein paar Sachen, Jess. Schnappen halt. Ja. Nee. So. Das hab ich schon alles eingesammelt. Das ist so ein bisschen... Das ist ein bisschen nervig. Dass die einem immer Hinweise gibt... ...auf Sachen, die man schon längst eingesammelt hat. Das ist... Das ist... Ja. Es war nett. Aber... Aber... Bisschen nervig. Ich find's toll, dass es die Hinweise gibt. Aber bitte nicht auf Sachen, die man schon hat. Die man schon eingesammelt hat. Oder die man gerade aktuell überhaupt nicht gebrauchen kann. Und letzteres muss da noch nicht mehr sein. Warten auf Code-Anfrage. Hier muss irgendwo ein Terminal sein. Aber wo? Ah ja, kenn ich. Hab ich schon mal gesehen. Die Venus-Base. Wir sehen uns auf den Sternen und erkennen das Schicksal unseres Volkes. Wolfgang Heiler. Gut. Gut, gut. Natürlich haben wir dafür auch keinen Code. Gut, aber die drei Kisten haben wir schon mal gefunden. Das ist schon mal gut. Das ist aber kein gutes Deutsch gewesen gerade. Nehmen Sie nichts mit aus dem Gebäude. Aus dem Gebäude. Ja. Sprachs und verhält sich selbst. Und nehmen Sie nichts aus dem Gebäude mit. Weil beides ist natürlich in Ordnung. Aber das korrekte Deutsch, das wäre natürlich anders. Wenn man es ganz genau nimmt. Ich bin ja angeblich ein pingliger Pedant. Und nehme durchaus die 3D-Brille. 3D-Brille deshalb mit. Och Mann. Ich muss mal wieder was trinken. Hä? Hier war noch was? Rüstung. Alles klar. Das ist einem auch so eine Treppe. Münzen. Münzen. Überlegt hier Münzen. Münz gedöhnt. Noch mehr Münzen. Oh, tatsächlich. Das Ding war tatsächlich Alarm. Cool. Der hört sich relativ verflennt an, ne? Zu, Mist. Suchen wir was zum Überbrücken. Die Tür ist offen, Schwester. Die Tür ist offen. Wir kommen näher. Klasse, Mädels. Geschafft. Super. Sehr schön. Kann man hier die auch noch öffnen? Das weiß ich nicht. Ja, kann man. Öffnen von der anderen Seite. Dann machen wir die auch nochmal auf die Schnelle auf, oder? Gut. Sehr gut. So haben wir sonst noch irgendwas, was wir noch übersehen haben. Ich weiß, was ich gesagt habe, aber ich weiß auch, wie ich das meine. Ich glaube, das ist nicht auf dieser Etage. Glaube ich. Also ich bin natürlich kein Experte, aber ich bin der Meinung, dass es nicht auf dieser Etage ist, auch wenn sie angezeigt wird. Wissen ist Macht. Und nix wissen ist auch Macht. Komm, jetzt auch. Komm. Gut. An dieser Stelle machen wir eine Pause. Und sehen uns morgen in der nächsten Folge. So, Walfenstein, Dankbar mit mit den Terror-Zwillingen. So. Und tschüss. Tschüss.